Drei Monate vor den Olympischen Spielen in London ist in Düsseldorf die deutsche Olympiakollektion vorgestellt worden. Trendig, schick und jugendlich wird das Team in Englands Hauptstadt auftreten. Ganz kreativ und sehr bunt und es gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, es sind sehr funktionale Sachen dabei, sehr schöne Sachen dabei und ich glaube, wir werden uns alle sehr wohl fühlen. Diesmal ist es ein bisschen mehr jugendlich gehalten, ein bisschen mehr Lifestyle drin. Wir Deutschen können es ja immer kurz gut sehen lassen. Die Athletinnen und Athleten haben das sehr sympathisch präsentiert. Vor der Präsentation waren die Sportlerinnen und Sportler schon etwas nervös. Auf der Bühne hatten sie dann einfach nur zusammen Spaß. Wir für Deutschland, das ist das Motto, unter dem die deutsche Olympische und Paralympische Mannschaft in Zukunft auftreten will. Wir für Deutschland, das ist jetzt eigentlich ein Versuch, der deutschen Olympiamannschaften Gesicht zu geben oder Namen zu geben und so das halt in den Medien passend präsentieren zu können. Und dass diese Olympiamannschaft sich mit ihrem Land identifiziert, mit Deutschland und dass die Deutschen sich auch mit ihrer Olympiamannschaft identifizieren. Näher zusammengerückt sind die Athletinnen und Athleten nicht nur heute bei der Einkleidung in Düsseldorf. Das junge Team macht jetzt schon Freude auf die Olympischen Spiele in London.